Um die Windows-Kommandozeile mit einem bestimmten Ordner zu öffnen, halten Sie die Taste Umschalten gedrückt und klicken dann mit der rechten Maustaste auf den Ordner. Hier sehen Sie einen Befehl Eingabeaufforderung hier öffnen. Und schon öffnet sich die Kommandozeilenangabe mit dem zuvor gewählten Ordner. Das war's. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.